Giuseppe Tommins war ein italienischer Maler. Leben Giuseppe Tommins wurde am 6. Juli 1790 als Sohn des Eisenwarenhändlers Giovanni Tommins und dessen Ehefrau Maria Anna Giacchini geboren. Nach seiner Schulausbildung bei der katholischen Ordensgemeinschaft der Pieristen begann Tommins eine Lehre bei dem Götzermaler Carlo Keber. Nach dem Tod seiner Mutter und der erneuten Heirat seines Vaters verließ er ein 1803 Dekasekunden Familienanwesen. Vermutlich studierte er in den darauffolgenden Jahren an der Akademie der Schönkünste in Venedig 1808 lernte er bei einem Besuch in Gorizia die Schwester von Kaiser Franz I. von Österreich, Maria Anna von Österreich kennen, in der er eine Förderin fand. Die Erzherzogin stellte eine Verbindung zu dem Maler Domenico Conti Bassani her, der in Rom an der Akademia di San Luca als Professor arbeitete. Nach dem plötzlichen Tod seiner Wohltäterin fand er einen erneuten Geldgeber in Graf Giuseppe della Torre di Valsasena, den er vermutlich über seinen ehemaligen Lehrer Carlo Keber kennengelernt hatte, mit dessen finanziellen Unterstützung zog Tommins nach Rom. In Rom kopierte und restaurierte er Kunstwerke, während er von Bassani an der Akademia di San Luca unterrichtet wurde. In dieser Phase entstanden seine Werke Venere, Ecopido und Lettrice. 1814 wurde er für eine seiner Studienarbeiten ausgezeichnet. In Rom freundete sich Tommins auch mit dem Maler Bartholomeo Peinelli an. 1816 heiratete er Maria Ricci, die Tochter einer Hausangestellten von Bassani. Am 1. Februar 1818 wurde der erste Sohn Augusto geboren, der ebenfalls Maler und 1872 erster Direktor des Museo Revoltella in Triest werden sollte. Nach dem Tod seines Lehrers Bassani kehrte Tommins mit seiner Familie in seine Heimatstadt Gorizia zurück, wo er Aufträge von der Erzdiözese Gorizia und der Städte Ljubljana und Triest erhielt. In dieser Phase entstand auch das Porträt des Malers Giuseppe Bernardino Bison, der mit der Familie Tommins befreundet war. Um 1830 zog Tommins nach Triest. Die Hafenstadt erlebte in dieser Zeit einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und Tommins Porträts fanden insbesondere beim Triestiner Bürgertum anklang. Nach 1835 entstanden zahlreiche Porträts von reichen Triestiner Bürgern. 1848 kehrte Tommins erneut nach Gorizia zurück, verließ seine Heimatstadt aber aufgrund der Revolution von 1848 kurze Zeit später wieder und lebte bis 1855 in Triest. Danach zog er zu seinem Bruder Francesco nach Gradeskater bei Gorizia, wo er am 24. April 1866 verstarb. Werke Zahlreiche Werke von Tommins sind in Museo Evoltella in Triest, in den Musei Provinciale von Gorizia sowie in der Narodner Galleria in Ljubljana ausgestellt, »Venere e Cupido«, »Le Tris«, »Autoritrato C.O.L. Fratello Francesco, Musei Provinciale, Gorizia«, »El Imperatore Francesco I. d'Austria, Musei Provinciale, Gorizia«, »Autoritrato Narodner Galleria, Ljubljana«, »Ritrato di Giuseppe Bernardino Bison, Museo Revoltella, Triest«, »El Imperatore Ferdinando i d'Austria, Musei Provinciale, Gorizia«, »Punkt, Punkt«,